Hallo und herzlich Willkommen zu meinem 2. Tutorial zu Tech It Black. Heute wie im Titel schon gelesen ist ein Anfangs Tutorial dran. Also für Anfänger. Und zwar zu den Mining Turtles. Äh ja und das sehen wir nach dem Intro. Sooo, jetzt schauen wir uns das mal an. Also eine Mining Turtles in Minecraft ist eine Turtle. Und eine beliebige Spitzhacke. Also jetzt könnt ihr eine Rabi, eine Diamante, eine Saphir oder eine Green Saphir oder eine Saphir. Könnt ihr reinlegen und daraus kommt halt eine Mining Turtle. Wie ihr eine Turtle macht, die wird so gemacht. Eine Turtle wird aus Eisen und so. Ein Computer in der Mitte und hat einen Test. Kommt ein Turtle raus. Und jetzt fragt ihr euch, wie geht ein Computer? Ja, die geht da kurz so. Stone, Redstone, Glassplane. Gut, und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie man so eine Mining Turtle in Betrieb nimmt. Also ihr könnt, was sie meinen soll, legt ihr sie runter. So, ähm, gebt Kohle rein und schreibt, excavate und die, äh, und, ähm, wie viel es graben soll. Also 40 mal 40, dann gibt ihr ein, oder 10 mal 10, dann gibt ihr ein excavate 10. Dann excavate das und, ähm, was noch gescheit wäre, wenn ihr eine Chess dort, wo es weggefahren ist, äh, ich glaub, ist sie weggefahren oder so. Und dann tust du die Sachen in die Chess dran. Ähm, ja. Das war's eigentlich zum Tutorial. Ich sage, es ist ein Anfänger-Tutorial, also wirklich für Anfänger. Damit die mal wissen, wie man eine Mining Turtle benutzt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö. heiß includes. Asggiore-Tutorial,